Das ist unser neues Spiel, das heißt Speed Cups und da bekommt jeder fünf Becher jeder Mitspieler in verschiedenen Farben. Bis zu vier Mitspieler können Speed Cups spielen. In die Mitte kommt diese Glocke her und auf die muss man draufklingeln, wenn man seine Becher richtig gestapelt hat. Das Spiel ist ganz einfach. Es wird so eine Karte gezogen und je nachdem, ob die untereinander sind, Farben oder nebeneinander, müssen die entweder gestapelt oder nebeneinander gestellt werden. Mal gucken, ist das richtig? Gelb, schwarz, blau, rot, grün. Super, genau. Genauso funktioniert es. Nehmen wir die nächste Karte. Gucken wir mal, was da ist. Und was hast du vergessen? Super. Genauso funktioniert es. Und der Clou daran ist, dass es um Zeit geht. Man muss das Ganze möglichst schnell stapeln. Und wer als erstes gestapelt hat und die Glocke bimmelt, der hat gewonnen. Wenn denn die Reihenfolge richtig eingehalten wurde. So geht das weiter. Man spielt alle Karten einmal durch. Mama, wenn man es falsch gemacht hat, dann wird beim nächsten geguckt, wie schnell der fertig ist. Dann bimmelt der. Und wenn der es richtig hat, dann kriegt der die Karte. Dann hat der die Runde gewonnen. Und wer zum Schluss am meisten Karten hat, der hat das ganze Spiel gewonnen. Mama, können wir jetzt spielen?